Willkommen zurück zu Folge 4 von City Transport Simulator Tram. Ich begrüße euch ganz herzlich hier von unserer neuen Linie, die ich gerade eben erstellt habe. Ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen weiter gespielt, ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt und dementsprechend haben wir jetzt hier die Linie 4. Die geht einmal von der Lichterallee bis zum Pulse Center über die Universität und wir haben ein neues Fahrzeug nämlich freigeschaltet. Hier haben wir die R2.2B, bekannt aus München und die ist bereits zugewiesen auf dieser Linie und mit der werden wir jetzt nämlich auch fahren. Wir starten die Sitzung, wählen die R2.2B aus, nehmen wir erstmal die Originallackierung, wählen die Linie 5 an, starten am Pulse Center, fahren zur Lichterallee und zwar das Ganze tagsüber. Nehmen wir 13.30 Uhr, ist eine gute Uhrzeit und starten das Ganze. Ich saß bis jetzt noch nicht im Führerstand dieser Straßenbahn. Also mal schauen, wie das funktionieren wird. Aber ja, genau. Also heute Release-Tag von City Transport Simulator Tram. Gestern gab es zwei Folgen, heute zwei Folgen. Das Pensum wird jetzt ein bisschen geringer werden in den nächsten Tagen. Das werden jetzt nicht wieder zwei Folgen jeden Tag werden. Aber wir werden gucken, dass wir regelmäßig hier reinspielen und weitermachen mit unserem kleinen Straßenbahn-Imperium. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und ich konnte jetzt bisher auf die Kommentare der ersten drei Videos nicht eingehen, weil das ist jetzt alles noch vor Release aufgenommen. Aber das ist jetzt auch das letzte Video, das vor Release aufgenommen ist. Das heißt also, dass das nächste Video, das dazu erscheinen wird, wird eure Kommentare beherzigen. So, wir sind im Führerstand und geben die Türen frei und schauen uns erstmal das Teil von außen an. Ja, sieht sehr schön aus, definitiv. So, müssen wir mal gucken, dass wir uns noch ein bisschen noch mal im Führerstand zurechtfinden und gucken, was wir hier so machen können. Haltestellenbremse, alle Türen öffnen. Okay, da ist die Türsteuerung. Da ist der Blinker. Genau, das ist der Schalter, der Weichenschalter. Den benutzen wir nicht, weil wir haben das Ganze hier im automatischen Modus. So, und dann können wir eigentlich für den Schutzschatten mit Forster abfahren. Und wir fahren mit 50 ab. So, neuer Teil der Map haben wir bisher noch nicht erkundet. Haltestelle Josefshof. So, wir können fahren. Heißt das, dass wir sich viel fahren dürfen? Ich denke mal, oder? So, Ampel ist grün. Beziehungsweise zeigt Fahrt an. Und auf zum Josefshof. Ach, da haben wir aber Glück gehabt, dass die Ampel noch umgeschaltet ist. Da werde ich nämlich einfach mal schnurrstrakst durchgebrettert. Tür auf. Hier so sieht der Innenraum aus. Oh, das ist aber ein Grafikpark hier. Ist das auch von außen so? Das kann ich direkt mal dem Entwickler zurückmelden. Haltestelle Kaiserpark. Übergang zur Linie 1. So, und da ist der Kaiserpark. Da ist die Gegenstraßenwand, die Gegenstraßenwand. Und da ist unsere Linie 1. Also schön, dass man halt auch die anderen Linien von einem sehen kann. Das macht dann auch auf jeden Fall Spaß. Und wir müssen an dieser Stelle dann nach rechts. Ja, also hier dieser Bug an den Türen. Sieht man es da noch? Ja, definitiv dort ein Texturbug. Das melde ich auf jeden Fall dem Entwickler zurück. Da ist unsere Linie 1. Moin. Haltestelle oberer Ring. Übergang zur Linie 1. Und einmal auf die 50 hoch. Und was dann eben hier cool ist, wir sehen jetzt auch dann beide Linien. Und auch hier sind dann beide Linien angeschrieben. Ihr seht's. Man kann es hier sehen, da. Linie 1 und Linie 5 ist dann beides hier zu sehen. So, wir müssten geradeaus weiter. Haltestelle Bernhardsplatz. Ah, gut. Da haben wir so ein paar Soundprobleme. Ihr habt's gehört. Da hat der Sound nicht so ganz geklappt. Und nächster halt das Bernhardsplatz. Ah, sehr schön. Die hiesige gotische Kirche. Hatten wir das von Notre Dame, ne? Ah, sie stehen aber nah hier am Rand. Gute Dame. So, dann Türen auf. Was ist hier? Das ist die Fentyka Bank. Oh, hallo. Wir müssen hier links abbiegen. Und wir dürfen fahren. Haltestelle Universität. Und auf zur Universität. Ich verstehe nicht so ganz, warum wir auf dieser Kreuzung nur 20 fahren dürfen. Wenn es doch so ist, dass wir geradeaus fahren. Wisst ihr, was ich meine? Klar sind dort Weichen, aber theoretisch, weil wir doch geradeaus fahren, können wir doch mit der höheren Geschwindigkeit drüber fahren. Würde ich jetzt mal behaupten. So. 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 Und auf geht's. Hier ist jetzt zum Beispiel, hat gar nicht angezeigt, wo genau wir hinfahren. Aber okay. Das wird wohl die Universität sein. Sieht auch sehr schön aus. Schönes Gebäude. Warte. Und da sind wieder die Fahrgäste im Boden versunken. Steigen sie doch ein. Achso, Moment. Die Türfreigabe ist aktiviert. Lieber das Spiel. Okay. Weiß ich jetzt nicht. Und sie laufen zurück. Und sie laufen zurück. Haltestelle, Lichterallee. Fahrtende. Bitte aussteigen. Oh, ein schönes Gebäude hier rechts. Level up. Wir sind in Level 11 angekommen. Und hier dürfen wir 50 fahren. Und hier dürfen wir 50 fahren. Dezent über die Ampel drüber. Aber ich glaube, das hat uns das Spiel nicht als Fehler gewertet. Ah, sehr schön. Hier haben wir so eine Art, wie nennt man denn diese Art Gleis hier? Also, dass hier wirklich dann richtig die Gleisschwellen sind und dass das nicht mehr der geteilte Weg ist mit der Straße. Ich hätte gerne eine Überlandlinie. Jetzt, wo ich das sehe, finde ich, sowas wäre, glaube ich, auch sehr, sehr schön. Und so. Und wir halten an. So, Pausenzeit skippen wir und fahren dann direkt weiter. Fahren dann jetzt wieder zurück. Genau, Abfahrt. So, jetzt können wir. Ich dachte kurz 15. Nein, 1,5. Die gelten dann ab hier. Haltestelle Danielsplatz. Ist im Hut, doch ist im Hut drin, ja. Ab hier dann 20. Bezirkungsweise nein, erstmal 50 und dann die Ankündigung auf 20. So, 20 dürfen wir dann ab hier fahren. Ampel ist noch auf Halt. Ist das eine Ampel oder ist das ein Signal, frage ich mich. Wir fahren noch ein bisschen vor. So. Ja, eigentlich könnten wir doch hier abbiegen, oder? Auch cool, dass wir hier ein Taxi haben und hinten ist sogar jemand im Taxi. Oh, hey. Also das war nicht meine Schuld. Das war nicht meine Schuld. Also das sehe ich nicht an. Jetzt fahr mir nicht wieder rein, fahr mir nicht wieder rein, fahr... Das ist doch... Oh, oh, ich bin in einer Endlosschleife. Ach. Ein Glück. Und da bin ich ja dann 30. Und da ist der Gegenzug. Und da ist der Gegenzug. Und wir halten an. Und abfahrt. Haltestelle, Universität. Ja, Mensch. Immer diese Autofahrer. Fürchterlich. Fahrt doch lieber Straßenmann. Was los mit euch? So, wir fahren hier gerade aus weiter. Da ist auch schon die nächste Straßenbahn. Sind ja drei Stück hier unterwegs im Fahrplan. Ja, nicht gut verteilt. Wir fahren irgendwie schon ein bisschen hintereinander her, ne? Ich glaube, das kann man verbessern. Warum darf er fahren und wir eigentlich nicht? Ah, jetzt können wir. Und wir halten an. Ich meine, wird man nicht für Verspätung bestraft, ne? Ne? Ach, schade. Ja, also den Sims fehlt so ein bisschen die, ja, so ein bisschen die, sagen wir mal, Variabilität am Aussehen, dass hier jetzt die beiden da genau gleich aussehen. Da hinten auch, da hinten auch, da hinten auch. Also das kennen wir so ein bisschen aus dem TSW, wobei der TSW das mittlerweile deutlich besser macht als zu Anfangszeiten. Aber das Problem ist bekannt mit den Sims, die alle gleich aussehen. Schön. Also das sieht wirklich schön aus. Mit einem Imbiss. Und der Bernhardsplatz. War mittlerweile mit zwei Minuten Verspätung. Was war das? Der Weichenschalter? Ne, das wollte ich ja nicht. So, wir biegen hier rechts ab. Und dann jetzt einmal mit 50 durchziehen. Und dann sind wir hier am oberen Ring. Es macht Spaß, muss ich sagen. Es hat nach wie vor, auch nach jetzt vier Folgen, mit gut zwei Stunden Spielzeit ungefähr, macht es immer noch sehr, sehr viel Spaß. Mehr als zwei Stunden. Und ich habe da immer noch richtig Lust, hier mir mein Straßenbahn-Imperium weiter aufzubauen. Für uns geht es geradeaus weiter. Ich dachte schon, die fahren auch geradeaus. Nein, die biegen ab. Haltestelle Kaiserpark. Übergang zur Linie 1. Für den Look der Großstadt. Und wir halten an. Auch hier wieder Übergang zur Linie 1 zum Freimutplatz. Da sehen wir auch die Map aktualisiert mit unserer Strecke. Ne, die ist gar nicht dabei, ne? Ne. Schaut an, unsere Linie fehlt da noch. Wir müssen jetzt hier links abbiegen. Haltestelle Josefshof. Und angehalten. Tür auf. Und nächster und letzter Halt ist das Pullcenter. Haltestelle Puls Center. Fahrtende. Bitte aussteigen. Das wird wohl ein Kino sein. Das wird wohl ein Kino sein. Da habe ich aus Versehen die Notbremse betätigt. Das wollte ich nicht. Und dann halten wir an. Oh, sogar Saturn. Wahnsinn. Mit Lizenz also. Tür auf. Und dann hätten wir das. Tatsächlich. Level up. Haben wir so auch geschafft. Und dann würde ich sagen. Einmal zurück ins. Moment. Einmal hier das hier noch abholen. Und zurück ins Hauptmenü. Oh. Ähm. Ups. Ich bin nicht zurück ins Hauptmenü gegangen. Ich habe aus Versehen das Spiel beendet. Ne gut. Okay. Dann ist das jetzt ein kleines abruptes Ende. Das war jetzt nicht das, was ich wollte. Aber. Okay. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Alles Gute, alles Liebe. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.